Fertig. Wir wollen, dass euch geht, Gewalt, haben wir dir das nicht erklärt? Oder hast du da auch nicht so oft, einfach nicht genau zugehört? Es trägst du vor mir und wir sind ganz allein, keiner kann dir helfen, keiner steht dir bei. Ich steig nur noch auf dich rein, immer mitten in die Fresse rein. Ich bin nicht stark und ich bin kein Held, doch was zu viel ist, ist zu viel. Für deine Aggressionen war ich immer das Ventil. Deine Kumpels waren immer dabei, doch jetzt wendet sich das Platz. Auch wenn ich morgen besser umziehe, irgendwo in eine andere Stadt. Gewalt, das soll gegen Gewalt, hat man dir das nicht erzählt? Oder hast du da auch wie so oft den Unterricht gefehlt? Jetzt trägst du vor mir und wir sind ganz allein, und ich schlage weiter auf dich ein. Das Tod, du, das muss da einfach mal sein. Immer mitten, immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse. 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 Mitten in die Fresse.